Also man muss ja wirklich aufpassen, der Mann hier wird ja unheimlich schnell abgeschossen. Man muss ja schon ein bisschen aufpassen. Also ich habe jetzt hier den Lackpanzer da und den bloß ich jetzt weg. Aus die Maus. Moment, im Hafen steht noch einer der Geriedeschütze. Schalt es auf, damit die Luftunterstützung antworten können. Oh, die Hunde. Das war's für euch, ihr Idiote. Boah, die Schlachtgelasse. Boah, das war aber ein Frontradschlag. Boah. Boah. Zack. Zack. Auch weg. Boah, noch wo, na? Ob ich den drücksehe, ist es unheimlich weit weg. Ja, das will ich ja machen. Ich will ja lieber in die Däckung gehen. Das ist besser für euch. Boah. Aus die Maus. Ich habe das Feuer auf meiner Seite. Das ist sehr gut. Ich habe das Feuer auf meiner Seite. Zack. Boah. Sehr gut, oder? Kann man sagen. Platz gemacht. Ja. Das war ein bisschen Mutation. Vorsitzender. Oh, wie denn da nur? Aber Schuppen brauchen wir nicht. Langweilig. Schuppen nicht. Ja. Falls fallen wir die nicht mehr in die Rücke. Wir müssen ja gerne ein bisschen mehr Spülraum. So. Oh. Ja. Also wir haben noch eine andere Rücke. Jetzt muss ich da wegflossen. Das liegt in die Richtung. Warte mal. Warte mal. Ich bin hier unten auf der Straße. Das ist da. Das ist in die Richtung. Moment. In der Nähe der Hütten im Norden steht ein Übertragungswagen. Vielleicht findest du dort Informationen über faltliche Stellung. Sekundär. Ja. Ah, Sekundär. Ich muss auch dieses. Und da ist auch was los hier auf der Straße. Ich bin hier. Und da ist die Flugabwehr. Ja, das ist auch scheiße gebaut hier. Ich könnte ja auch am Strand entlang gehen. Die Flugabwehr. Unabbrüllose. Das ist ein Schiff. Oh, das könnte ein größeres Schiff sein. Am Hangar oder im Hafen liegt. Oh, oh, oh. Gegen ein großes Schiff habe ich da schon aus. Gut, ich kenne dieses Infiltrieren da. Diese taktische Kante da. Oh, das ist gar nicht so einfach. Das muss ich überlegen. Jetzt müssen wir in die Kriege fliegen. Das muss ich überlegen, was ich mache. Weil das ist der Einheit. Und ich muss eigentlich die Flugabwehrkanone eigentlich wegflossen. Das ist das Adaleriegeschütz. Und das liegt in der Nähe im Hafen, wo auch ein größeres Schiff liegt. Scheiße. Aber ich weiß nicht, was war ich im bester Nähe? Hm. Das ist jetzt die falsche Richtung. Da mischte ich ja um das Ganze herum. Und so hätte ich es vielleicht einfacher. So herum hätte es einfacher. Ich komme wahrscheinlich, also ich bin zwar allein hier unterwegs, aber ich stelle mal davon aus, dass ich vielleicht doch ein bisschen die Möglichkeit habe, das ist ja schon stark im Haar. Das ist ja... Mal sehen, wie ich da am besten vorwärts komme. Munition habe ich nicht viel. Da habe ich ein bisschen mehr Munition. Zwei Rakete. Da habe ich ein bisschen Munition für das. Bleib bei der. Ich meine Lieblingswaffe. Gut, dann sieht man sich wieder, wenn es dann wieder was Neues gibt. Ihr habt gesehen, was man machen kann. Auch als einzelner... Ich bin da so ein Sturmsoldat. Ich gehe halt immer frontal vor. Auch wenn ich fast so weit draufgehe, ist halt so. Und es wird bestimmt lustig werden. Bis bald. Tschüss.